Jetzt sag mal die Witch! Okay... Yo... Yo Quality! Also, wir finden halt... Yo Quality... Äh, läufst du grad schon? Ich laufe! Das ist ja die... Sorry, die dümmste Qualität, die ich kenne! Ja, ist... Ist halt so! Geile Grafik, das sieht aus wie... Was weiß ich... The Beer Arch! The Beer Arch! Okay, dann haben wir schon mal Schlüssel... Ich weiß nur, dass man drei Schlüssel findet... Ja... Ein paar Schlüssel müssen wir finden... Wenn ich noch hochgehen... Geh erstmal hoch... Und die Beer Arch finden... Die Beer Arch! Die Fall Beer Arch... Die sind bestimmt... Die sind bestimmt... Das haben wir schon mal... Das haben wir schon mal Schlüssel... Ja... Er kennt die Hälfte schon... Ja... Ja... Das ist so oft... Das ist ne Frau... Oh ja... Kopfloser Nick... Aus Harry Potter nur weiblich... Hey, guck da! Da ist ein Schlüssel... Da... Das ist Landy... Wie Baseball... Ja... Wo wird das... Und das ist ein Nerz... Ähm... So... Und da wusste man nie wie das weiter ging... Also... Ah, ich geh auch... Jetzt lau mal in die Tussi rein... Ja... Ja... Das ist geil... Wo ist die jetzt? Kommt's auch her... Ja... Du bist echt cool ey... Du Followerst alter! Ja... Ja... Und dann lau mal einfach runter... Ja... 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 Das ist voll ich... Ja... Ja... Das ist echt geil... Voll egal die Verraschung... Okay... Sie ist ganz weg... Echt jetzt? Zuzeit... Die ist zuzeit AFK... Haha... Er hebt das Ding... Uff... Ja... Eindlich... Ey... Das ist sowas von... Da... Da fehlt ein... Da fehlt so ein Zielteil... Ja... So ein Kreuz... Jetzt geh wieder hoch... Und hol die Biace... Also... Oh die Biace schon... So... Schau mal hier... So... Toilettenschilder... Wo ich zum ersten Mal... Toilettenschilder... Wo ich zum ersten Mal... Toilettenschilder... Jetzt weiß ich... Nicht... Du... Also... Oh... 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 Jetzt kann's gleich mal... Pissen gehen... Die Biace... Wer nicht durch die Biace... Wer nicht durch die Biace durch... Mach... Renn nicht durch die Biace durch... Oh man... Du bist aber echt... Dafür ist der Schraub... Stammlos... Ähm... Okay... Die Biace... Komm... Die fühlt sich bestimmt... Alleingelassen... Sie hat ja kein Herz... Sie hat keine Gefühle... Also Pech... So... Sag mal... Dritten... Hier weiß man nie... Hier weiß man nie... Hier weiß man nie... Durchblick... Vielleicht sind hier ja... Ein Schlüssel... Ja... Nice... Bitch... Guck mal... In die anderen Schränke... Vielleicht ist dein Herz... Oder so... Ah... 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 Da steht was drin... Credits... Ähm... Ja... Das ist der Hersteller... Ah... Äh... Okay... Kein Herz... Also... Jetzt musst du die Biace... Abholen... Glauben sie es auch... Danny... Danny... Boah... Musst du aber auf Toilette... Oder wie? Alter... Wieso... Im Auf Toilette... Da ist doch bestimmt ne... Oh... Oh... Die... Leute... Da ist... Ah... Die brauchen Kopf! Der Kopf ist aber... Der Kopf kann atmen! Ey... Biace... Komm mit hier... Hier ist ein Kopf... Musst du ihn vielleicht aufheben... Und ihr... Der atmet... Das ist so gruselig... Also ich finde das ist nicht so gruselig... Die Grafik mach alles kaputt... Ja... Wenn ja nicht tust du sie durch... Oh... Endlich... Jetzt hebt sie Kopf auf... Oh oh... Bist du das Mann oder Weib? Äh... Ja... Geiler Kopf, ey... Nicht töten! Nicht töten! Ja... Aber jetzt auch... What the fuck! Hier ist weg! Wow... Ja... Jetzt guck's mal aus... Das soll ne Witch sein? Ich dachte ne Witch... Bock die Ecke und plennt! Da ist ein Schlüssel! Ja... Danke! Ähm... Ja... Jetzt sind sie gefordert... Ich glaube das sind Schlüssel oder? Hallo... What the fuck! Äh... Ja... Ist das jetzt Ende oder? Wie? Okay... Sicher schlichtweg... Äh... Das ist echt... Das soll das Ende sein? Das ein Herz? Ich hab ein Herz gefunden... Aua... 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 Oh fuck! Die ist brutal oder ne? Nein! Die Tür ist offen! Die verarscht mich! Sonst ab und lässt mich hier drin! Bitch du Bitch! Das war's jetzt oder was? Die hat mich missbraucht! Das ist sowas von!